die die Leute was geht ab ich bin zwar bei mit ihren Händchen kommt er zum Falle mein Kraft in die Wahl und dabei ist er lieber Lass ein das ist von geben die heißt jetzt wird von Leipzig das ist was ich habe zwei Steinschmerzen ich bin ich bin ich mache da mal picken und so also Pickel es aber ist am Kapitel ich habe 11 Prozent Okie weiter 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 oder ich habe jetzt nicht okay weiter 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 Lass dabei mit deutschwert also noch ein zweites deutschwert das war ein Schwert aber heute ich habe die Schwäche ich habe die Steinschwert gegeben mehr ich kann anderes haben und das ist doch das ist ich kann es reichen es mal ich habe 22 muss nur Warte wo bist du aber sie hier ist es nicht Lärm und dann kommt er kommt in diesem Schneebium Trenz ja natürlich ein weiterer Tätig bringt in der Nähe oder so was ist bei den Köln das ist egal scheiß mal drauf hat ein paar Malte auch und Gott ein Block Leute das ist letztlich schwer also er muss die Bios Leute sind jetzt einfach mit Fakim Hülle wir brauchen einfach Prozent weil wir haben nicht so krass sieben vielleicht die Skolle Abbau wenn du noch hast du nix Roskohle 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 okay okay einfach scheiß man drauf scheiß mal kurz auf die Kohle Kohle Jo Time to Strike alle einfach ja wir waren die ersten Zeit Zeit ich war der ersten Tanz des Treibes weil halt nicht mehr gelaufen du siehst mich aber glaube ich hoffentlich ich bin auf ich bin bei so einem Baum vor Ort die Beute ich baue gerade Baumart siehst du ich bin auf so einem Berg ungefähr Prozent ich bin einfach den Berg weitergegeben gelaufen aber auch um also rechts davon wurde Kohle abgebaut ist da wo ich herkomme ich bin ich von der Mitte sondern weg zur Mitte die Beine da haben wir Kohle abgebaut hast da bin ich ich komme als Sieg ja komm her hier hinter die Hälfte der Kumpel kommt Schuss auf die Kohle jetzt nachher es kommt jetzt er wird kommen Braten kommen einfach hier okay genau ist dann tötete noch die Schweine kommt ich kann nicht mehr springen da ist ja dann was Braten ja wir brauchen eine Höhle Komet Komet ich führe ich will dass mich für das nicht kommen hier ist noch mal Kohle ich baue mal kurz ab er steht es ist noch obwohl also dann ist dann ich mache mir keine Angst hier ist Wasser und da kann ich mir Komet Komet ja ich bin hier das Licht das ist ja aber auch mein Gott das sind diese Eistürme kennst du die das ist die da hinten kommst du zu mir ja ich warte ich bin hinter dir hier ist eine Höhle hier ist eine große Höhle was hat ein Schwein umgebracht oder so ich habe noch ein ich jetzt ist vorne weiß ich habe es auch mit weiß ich weiß wo bist du hier das war nix nix kommen kommen weiter 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 komm warte ich weiß wo wir jetzt lang gehen oh schock mich doch nicht zu Weihnachten hier runter nimm Kohle mit oder Kohle ist die Grundlage ja Eisen Eisen geh schon mal weiter geh schon mal weiter Eisen nein ja ja ich meine ja weil deswegen weitergehen sollst du die zwei Kugelstücke nehmen wir auch noch mal mit Leute wir haben nur noch 6 Minuten Zeit sind halt nur 15 Minuten Aufnahmen bei uns sind halt leider nur 11 geworden weil ich hab nicht Zeit richtig aufgenommen ok komm aber mit wenn du alles mit hast also wieder hoch rennen wieder hoch aber ich hab's noch weiter komm nein da geht nicht weiter Lars vertraut mir bitte ich hab zehn Eisen renn hoch nein ich habe fünf Eisen komm und dann gehen wir links rum links rum also bei dem Wasser ich hab schon mal wasser Eimer weil da war ein Eimer drin und hieß Wasser ok nicht da rein nicht da rein das Fake Höhle komm komm dann gehen wir links dann gehen wir links wir spielen grad so auf völlig ne komm lass uns mal hier rein bauen komm hier rein komm hier rein lass fuck das ist nix hier ich sneaker auch komm rein komm hier Lars hier hinter dir hier bauen wir unsere base auf warte 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 okay warte jetzt warte wir machen auf nach oben warte ich mache Grafen Mensch ich mache heute mit dem Block hier unter mir ab okay mach offen er hat eine eigenen Ofen jeder hat eine eigene Ofen meiner ist der hier oben kreuz dann bekannte Kina ist um meistens warte ich mach mal kurz meinen scheiß raus ich hab mir noch einen Ofen gemacht ich hab ein Problem was denn warte ich komme warte bleib da bleib da ja warte wir brauchen clean stone und deswegen Opfer ich gerade meinen ganzen Stein dafür für clean stone soll ich einfach äh eisenschwert machen baum mal clean stone hier noch einen hin warte ich baue schon warte okay das ist mein Ofen die der hier ne bei mir leckt das ist meiner hier oben das Oben und unten ist meine ja äh soll ich Eisenschwert machen baue dich mal hier runter darunter unter dir ich hab schon ein gebratenes Fleisch ich hab schon drei ich hab schon fünf Eisen gebratenes was hast du daraus gemacht hast du die raus du hast gemacht aus deinem Eisen nein und nicht soll ich mir äh eisenschwert machen hast du kannst du schon ja ich kann ich hab's in Eisen gekriegt soll ich machen ich mach mir dann auch Eisenschwert noch drei Minuten das sind offenbar wenn es ist es noch warte ich lasse noch mal kurz das Essen schmelzen gehen ich bin raus die oberen Warte lasst mal kurz die oberen Jünger schon einen Brustblatt OP ich hab noch nicht um ähm hast du vielleicht noch Eisen nein kein ich hab das letzte okay lass ich meinen aber wir müssen weiter runter ja dann baue ich runter mach ich jetzt lass mich bauen ich hab Eisenpicker also ich benutze ich erstmal nicht wir machen andere Taktik jeden dritten Blatt gehe ich ein weiterkommen ich kann es mir hinterher schwingen wenn ich sage jetzt ja kann ich nur bei mir ist kohle ja du kannst mir hinterher kommen bei mir ist kohle ein 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 k k k nachher verhalten ja bei mir ist er ich habe leidmet ex-fantäne die Gäste jetzt gleich direkt wieder auch noch eine Aufnahme machen müssen wir glaube ich nein doch bei mir es war auch bei mir ist höchere ich gehe mal hier rein ich habe Eisen bei mir ist eine Hülle bei mir sind Hülle ich kann jetzt kurz zu dir wenn es richtig viel Eisenhalter und hier hat man zuerst hier ja aber auch vor Ort dies war besser zu lieben und Eisen Prozent 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 ein natürlich bei mir ist richtig viel Eisenhalter er eine Frage zu verschwunden davon ja auch er hat ja geschrieben 30 ja natürlich Köln er kommt zu mir da ist oben ist Eisen im Oben das Eisen mit über die über die hier ist ein Pränk ist ein Pränk ja aber das ab der Karte und da meine Eisenpäck ist kaputt das ist das erste Punkt der Kinder nicht nur noch kurz ja tschi Köln Köln es sei wieder drauf soll hier geht noch nicht Aufnahmen zu senden. Jo Leute, das war's mit der ersten Folge. Haut rein, bis dann. Macht's gut. Ciao.